So Leute, da bin ich wieder. Und es geht weiter mit Let's Play Shadow. Auf der Kolossus, ja. Der letzte Kampf war ja sehr spektakulär. Oh Gott. Einfach nur ein riesen Ärgernis. Ja. Für den Arsch. So. Jetzt müssen wir da hinten hin. Ich glaube, da waren wir noch nie. In die Richtung, oder? Doch, da waren wir schon, aber... Dünen, Sand... Oh. Ja, wie komme ich denn da hin? Äh... Da vorne ist ein Übergang. Keine lange. Keine lange. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da ist der Herr, kann ich lang. Wie tief die Adler fliegen, das ist ja... Naja. Hier verwundert mich nichts mehr. Oh. Äh. So. So, 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 so. Ist es wahrscheinlich da lang, ja. So. Da. Da so. Wir reiten jetzt so bis zum Ziel. Nein, 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 doch nicht. Mein Gott. Ich weiß, dieser Kampf, letzter Kampf war sehr langwierig. Aber so ist das doch mal. Zack, zack, zack. Jetzt gibt's was auf dem Deck. Okay. Wunderbar. Oh, der Weg ist lang und erschwerlich. Aber wir werden's schaffen. Wir werden ja immer stärker pro Kolossus. Kolossis. Oh, der Weg ist ja mal wirklich lang. Durch einsame Landen streifen wir. Wieso nicht? Sieht ja schön aus hier. Ich möchte hier auch mal Urlaub machen. Ba, 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 ba. Äh. Gut. Wo muss ich... Wahrscheinlich, ja, durch die Felsformation wieder. Das ist ja unauffällig. Nein, Quatsch. Doch. Doch, doch, hier ist richtig. Dieses Fleckchen Erde. Nee. Das ist verkehrt. Irgendwie. Irgendwie auch nicht. Irgendwann verstehe ich noch nicht. Muss ich jetzt da rein? Oder nicht? Aber es ist... Wahrscheinlich nicht. Aber ich rate jetzt trotzdem mal hier rein. Vielleicht kann ich den Koloss überspringen. Ha. Nee, kann ich nicht. Nicht wirklich. Nicht hier richtig. Sieht so aus, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich glaub schon. Ach, wieder so ne Schlange. Ne Sandschlange. Wunderbar. Ist ja noch besser wie, wie Wasser. Wieder mit Elektrobrutzlern da auf dem Rücken. Ja, super. Ja. Ist ja wunderherrlich. Ist das doch. Ne Mal ohne Pferd, ne? Mal gucken. Okay. Muss mal schauen, was ich hier machen muss. Es ist jetzt Neuland. Wow. Okay. Der hat mich jetzt... Etwas überrascht. Äh. Muss ich vielleicht an so einem Felsen hochklettern? Man weiß es nicht. Ja, Bums. Ja, super. Das ging ja schnell. Da guckt er mich auch noch so blöd an, ey. Okay. Also, das ist wie... Scheint... Stark. Sehr stark sogar. Äh. Taktik. Ich brauch irgendwas... Taktisches hier. Weil muss ich so einen... So einen, 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 so einen benutzen hier. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Die Gegend benutzen. Ah, das ist Stein. Äh. Und Stein kann er wahrscheinlich nicht, äh... Äh... Also, wenn er im Sand ist, dann zieht er ganz schön viel ab. Muss ich ja mal sagen. Da ist ein komischer Stein. Aber noch hab ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist ja wirklich, was ich noch nicht, was ich machen soll. Ähm... Pum, pum, pum. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Überlegen, überlegen. Was willst du? Willst du, dass ich irgendwas... Da, dieser Stein... Im Sand... Der hat aber bestimmt was zu deuten. Aua. Wie kann der mich treffen? Ich war hier sicher. Also, das ist total unlogisch. Von da hinten kam ich. Ähm... Boah, einfach mal riskieren, ne? Was da hinten ist. Oh, 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 oh. Ich könnte dir mir gut vorstellen, dass ich mit dem Pferd irgendwie... ... ihn... ... raus... ... äh... ... naja. Ihr wisst, glaube ich nicht, was ich meine. Aber gut. Ich muss das wahrscheinlich mit dem Pferd machen. Weil ich bin als Mensch... ... ein wenig zu langsam. Und dann so, dass er mir dann folgt... ... und dann direkt die BAMS gegen so einen Felsen. Versteht ihr? Nicht? Oh Gott, das sieht ja monströs aus, das Vieh. Wie mache ich das? Ich kenne dich einfach auf ihn drauf, oder? Auf jeden Fall verfolgt es mich. Dann muss ich ja irgendwas machen hier. Man, hier sind ja ein paar Möglichkeiten. So, da ist er, ja. Die Kamera geht ja nicht umsonst zurück. Also, die Kamera geht von alleine. So. Das sieht... Das sieht erschreckend aus, das Vieh. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Okay. Okay, 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 okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so gedacht ist, irgendwie. Aber wenn ich noch nicht wirklich einen Perl habe. Was das betrifft. Aber gut. Vielleicht... Man kann auf dem Pferd auch schießen. Mit Fall und Bogen. Hält ihr? Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Mauchen? Ja. Papa! 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 Papa!